Mit modernster Technologie und einzigartigen Lösungen hat Komatsu eine neue Dimension von Radladern entwickelt. Fahrer sind vom neuen 5-Sterne-Radlader begeistert. Ausgezeichnete Ergonomie und die niedrigsten Geräuschpiegel, die je in einem Radlader gemessen wurden, stehen für höchsten Fahrkomfort. Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten überzeugen nicht nur kostenbewusste Maschinenbesitzer. Die um ein Viertel vergrößerte neue Komatsu Space Cap bietet einen PKW-ähnlichen Fahrkomfort. Neben umfangreichen Ablagemöglichkeiten, unter anderem auch für eine Kühlbox, gewährt die Kabine viel individuellen Freiraum für den Fahrer. Damit werden lange, produktive Arbeitstage möglich. Das Equipment Management Monitoring System setzt neue Standards im Bereich der Maschinenüberwachung für den Fahrer. Niedrigste Instandhaltungskosten werden durch die permanente Verfolgung der nächsten Serviceintervalle gewährleistet. Sicherheit ist einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg von Komatsu. Ein einfacher Kabinenaufstieg ist ein Muss. Die große rahmenlose Frontscheibe ermöglicht eine optimale Sicht auf Schaufel und Reifen. Alles vom Sitz bis zur Lenksäule kann nach den Bedürfnissen des Fahrers eingestellt werden. Maximalen Komfort gewährleistet der vielfach einstellbare Fahrersitz mit Lohrdosen und Kopfstütze. Die neu gestaltete Hydraulikkonsole ermöglicht komfortable und ergonomische Bedienung. Die Joysticklenkung ermöglicht auch in schweren Ladeeinsätzen höchste Produktivität. Aus dem Handgelenk heraus kann die Maschine ganz einfach gelenkt werden und per Knopfdruck werden Fahrtrichtung und Gänge gewählt. In allen Hauptkomponenten kommen neueste Technologien zum Einsatz. Angefangen vom Common Rail Motor mit dem charakteristisch hohen Drehmomentanstieg über den neu konzipierten Drehmomentwandler bis hin zur überarbeiteten Zwei-Stufen-Hydraulik. Das ist die Basis für maximale Produktivität bei geringem Kraftstoffverbrauch. Erstmalig wird in dieser Radladerklasse eine Wandlerüberbrückung eingesetzt. Bei Zuschaltung der Wandlerüberbrückung werden maximale Beschleunigungswerte und Fahrgeschwindigkeiten erreicht. Ferner wird der Kraftstoffverbrauch durch den Direktantrieb entschieden gesenkt. neue Konzepte im Bereich Wartung ermöglichen einen bequemen und sicheren Zugang zu den täglichen Kontroll- und Servicestellen. Verlängerte Serviceintervalle bei Motoröl und Filterwechsel senken die Servicekosten erheblich. Nur Radlader der Serie 5 von Komatsu erlauben einfachste Kühlerreinigung durch den vom Fahrerhaus ausschaltbaren, hydraulisch betriebenen Umkehrlüfter. Für noch besseren Zugang zum Kühler kann der Ladeluftkühler elektrisch ausgeschwenkt werden. Dank des speziell geräuschgedämmten Niederemissionsmotors und des temperaturgesteuerten Automatiklüfters mit hydrostatischem Antrieb erreicht der WA 470-5 einen Außengeräuschpegel von nur 105 Dezibel. Mit der neuen Original Komatsu Space Cap wird der Innengeräuschpegel auf sensationelle 71 Dezibel gesenkt. Damit ist WA 470-5 der leiseste Radlader seiner Klasse. Mit der Entwicklung der Strich 5 Serie definiert Komatsu neue Standards für technische Perfektion. Eine Weltneuheit. Die semi-automatische Grabfunktion unterstützt den Fahrer bei den Schaufelfüllvorgängen. Beim Einfahren in das Haufwerk entfällt so das manuelle Einkippen der Schaufel. Die integrierte Nutzlastwaage ermöglicht perfekte Kontrolle über Ladevorgänge und Leistung. Der Monitor zeigt dem Fahrer eine bildliche Darstellung der jeweiligen Schaufelfüllung und der bereits geladenen Materialmenge. Bis zu fünf verschiedene Materialien können klassifiziert und die Verlademenge im System gespeichert werden. Der neue Strich 5 Radlader ist eine perfekte Kombination von Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Komfort. Ein Radlader, der Besitzer und Fahrer gleichermaßen begeistert. Mit Einführung der Strich 5 Radlader beweist Komatsu erneut seine technologische Spitzenreiterposition und setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Fahrerkomfort, Technologie und Wartung. Die schon sprichwörtliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Komatsu-Maschinen wird mit den 5-Sterne-Radladern weiter ausgebaut. Der Schlüssel hierzu sind gleichbleibende höchste Qualitätsmaßstäbe und kontinuierliche Produktweiterentwicklungen. Neueste Technologien und einzigartige Lösungen bilden die Basis für Komatsus Erfolg im Radladermarkt und stellen eine sichere Investition in die Zukunft dar. Komatsu – Qualität, auf die Sie sich verlassen können.